So Leute, herzlich willkommen. Heute zu einem anderen Video. Und zwar deshalb anders. Denn ich habe jetzt ein Date mit einem Trucker Babe. Einige von euch werden sie kennen. Und vielleicht sogar alle, wenn es euch die Serie aussieht, das Trucker Babes. Ein paar Wissen, von welchem ich meine. Und ich treffe mich jetzt dann mit dir auf den Truckplatz. Da ist so ein Petropass hier im Cisora bei Toronto. Und, ja, dann werden wir abgeschauen zum Legon Terrio. Der ist tatsächlich gerade zwei Kilometer entfernt. Da ist ein riesiger Park unten für den Hund. Der kann dann noch mal rumlaufen und so. Und, ja, lasst euch überraschen, wer das ist. Bis später. Jetzt bin ich noch mal da. Lange da, sehen wir. Es ist jetzt gerade die Benzentauer vorbei. Allerdings, Nachmittagsverkehr in Toronto. Raschauer. Wirklich Raschauer. Viel Verkehr. Viel Hohl auf der Karte, wie man sieht. Und, ja, wurscht. Kannst du warten, sag ich. Wieder so. So Leute. Ich sitze da jetzt da draußen. Ein bisschen im Schatten. Ist nicht einmal so warm. 22 Grad. Und. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da haben wir jetzt heute wieder. Was ist denn da drin? Ein Handvögel oder was? Nein, das habe ich gewohnt. Ja, den auch. Den auch immer. Am besten ist ja nur, wenn es in irgendeinem Astrennen sich wölzt. Das macht doch auch so lange nicht. Das muss wohl wiegen, bitte! Oh, das ist ein bisschen schwanger als dein Leben. Ja, ich weiß noch, wie ein Junge war. Mir war ja mal schön. Jetzt bin ich nicht mehr unten. Ja, bitte! Nein, Gott sei Dank nicht, Alter! Ich bin gespannt, ob er jetzt bei seiner Firma noch bleibt. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich die Nase habe oder raus habe. Nein! Ich bin gespannt, was er dann auf YouTube erzählt hat, wenn er wieder geht. Wer? Ich bin gespannt, was er dann auf YouTube erzählt hat, wenn er wieder geht. Ich bin gespannt, was er dann auf YouTube erzählt hat, wenn er wieder... Ich bin gespannt, was er dann in den Firmen ausgeruht hat. Ja, ja, richtig. Das ist ja das. Er wollte mal weiter, was passiert. Mitteln werde ihn nicht mehr machen. Und ganz ehrlich, da rüber noch gehabt, da war sowieso was. Ja. Alter, schöne Gesicht zurück, oder? Ja. Ja, da war schon fast sehr. Das war so noch nicht. Ja. Nee, letztens, wie in der Fundandbahn... ...das abgebrenntes Auto am Straßenrat gestanden. Mein Kollege ein Foto geschickt, und ich hab, siehst du... ...der fährt immer noch schneller wie dein Fahrt. Ich habe schon lange gelaufen, ich habe mich so losgekommen. Ich habe gesagt, naja, und schon besser aus wie dein Schäber. Ich habe gesagt, danke. Was hast du, ist ja bloß für ein Schäber. Zu Überadung. Ja. Ich bin in die Fähre gefahren und habe mir das Urschau gemacht. Dann sagen sie am Ende immer, thanks for choosing North Dumberland Fairies. Und wie sie vor mir hinten murmelt, kann ich auch nichts anderes nehmen. Jetzt hat sie die ersten Leute gefahren. Dann habe ich so laut losgebracht, weil ich mir gedacht, das hätte mein Papa sein können. Ich rediere meinen Papa. Kehr ich mal im Ohr. Und die Leitung gehabt. Da fangen sie an. Da, herrlich. Warte, drei Stunden. Dann weg von den Fähigkeiten. 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 Dann habe ich auch schon von der Uhr hergegangen. Dann wird er laufen. Ja. Vielleicht, oder? Oh, ja, da sind wohl Leute. Also. Meine Lange und meine haben keine so Leute von den Sacher sind. Und sie sehen, dass sie in der Welt sind. Wie wir schon sehen waren. In der letzten Jahr. In der letzten Jahr. Ich lasse die immer dran. Auch wenn es blau ist. Weil. Ja, ja, ja. Ich höre hinter, dann sehen die braune geworden wird. Das ist schon klar. Mal auch den Unterschied noch holen. Ja. Die linken sollten sind ein paar. Ja. 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 Und dann schaust du meine Haxen an. Du brauchst ein Sonnabrahl. Ja. 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 Losen in die Kommission können. Ja. Ja ok. Ach mu Sutra, das war's wie okay. Kürzes Video. Ein bisschen wir mit denen unterhalten. Ein paar Neuigkeiten wieder fahren, allerdings kalt war es nicht zu sagen, die Sonne geht auch herunter hier über Toronto oder über die Saison eigentlich. Wie ich immer sage, hoffe ich habe euch ein bisschen die Zeit vertragen können. Ich hätte es mir gerne weiterempfehlen, teil und kommentieren, disliken nicht vergessen. Ein paar Sachen habe ich ausgeschnitten bei den Smalltalk, weil ich will auch keinen Namen nennen, aber wenn man genau hier hat, kann man sich vielleicht vorstellen, wie das gegangen ist. In dem Sinne, bleibt es geil, tschau pfiat euch und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.